Willkommen zurück, eine neue Folge WoW Wrath of the Lich King Classic und zwar mit unserer Phase 4 Eiskronen Zitadelle, 25 Spieler HC Modus. Wir haben in der letzten Folge Lord Makar den ersten Boss auf HC gelegt. Die Lady Todeswhisper haben wir in der ersten ID auf Normal gelegt. Die ist etwas komplizierter von den Hard Modes her. Deswegen erstmal auf Normal, um so viele Bosse wie möglich mitzunehmen, wegen der Frostmarken, wegen Loot etc. Den dritten Boss, das ist mit der einfachste Boss überhaupt in der gesamten Instanz und das ändert sich auch auf HC nicht. Hier sind wir nämlich beim Luftschiffkampf. Wir gehen direkt rein und im 25er HC ändert sich nur eins, die Einschläge von den Raketenschützen würden euch zurückwerfen. Wenn ihr vom Schiff fliegt, dann seid ihr tot. Das heißt, das müsst ihr ein bisschen aufpassen. Ansonsten passiert hier nicht viel mehr. Ja, ansonsten, was machen wir hier? Unsere Ranges hauen diese Achswerfer hier vorn um. Unsere Kanonen schießen auf die Raketenschützen im Hintergrund. Unser zweiter Tank, unser Pala Tank sammelt hier die Ads ein, die aus dem Portal zu uns rübergeportet werden. Das wird von den Milis dann umgehauen und ich warte quasi bis unsere Kanonen eingefroren sind. Jetzt kommt nämlich der Magier, friert die Kanonen ein. Wir müssen den Magier umhauen und meine Aufgabe ist es dann hier den Kommandanten des gegnerischen Schiffes in Namen Hochfürst Sauerfang zu tanken, dass er unsere Milis nicht umklatscht, während die den Kriegsmagier hier down fokussen, dass unsere Kanonen wieder schießen können. Wir können dann auch direkt wieder rüber springen, sobald der Magier down ist. Ich warte natürlich bis alle das Schiff hier verlassen haben über das Jetpack und kann dann einfach wieder rüber. Der Hochfürst wird dann gleich resetten, sodass seine Stacks dann auch abgebaut sind und er nicht immer und immer stärker wird. Und ihr seht schon hier auf der rechten Seite die Lebensbalken sowohl von unserem Schiff, von der Himmelsbrecher, als auch vom Ogrims Hammer. Das ist das gegnerische Schiff und unser Ziel ist es, diesen Lebensbalken hier auf null zu bringen. Das machen wir wie gesagt mit den Kanonen hier, die eben die ganze Zeit rumschießen. die stacken hoch mit ihren normalen Schüssen auf bis zu zehn Punkte, würden dann überhitzen. Das heißt, bei neun Schüssen haut ihr euren Hammerschuss heraus, der eben dann viel mehr Damage macht und eure Energie wieder auf null zurücksetzt, ohne dass ihr überhitzt. Das ist die ganze Magie dahinter. Das war jetzt Runde Nummer 2 mit dem Frostmagier, der die Kanonen eingefroren hat. Und ja, so geht das mit dem Kampf die ganze Zeit. Mehr passiert hier nicht. Wir werden unsere Kanonen glaube ich noch einmal eingefroren bekommen. Und dann sollten wir auch schon in der Lage sein, das gegnerische Schiff so weit zu beschädigt zu haben, dass es uns nicht mehr folgen kann. Ich hüpfe wieder rüber, haue mir wieder den Sauerfang an den Rand. Warum an den Rand? Natürlich haut er trotzdem immer mal ganz gut zu, auch wenn er jetzt im Vergleich zu einem richtigen Boss eher lächerlich ist. Aber so, ihr seht es, 24 bis 30 K Schläge sind manchmal schon drin. Und dass ihr eure Heiler in Reichweite habt, denkt ihr einfach den Boss hier an den Rand des gegnerischen Schiffes, dann haben euch eure Heiler halt in Reichweite, können euch hochheilen und dann passiert da überhaupt nichts. So, und jetzt geht es vor dem nächsten Magier, der in 15 Sekunden kommt, das Schiff am besten zu zerstören. Ansonsten müssen wir noch einmal rüber. Aber selbst wenn ihr seht, wie viel Leben unser eigenes Schiff noch hat, also der Bosskampf ist wirklich sehr einfach. Und ihr könnt hier wunderbar 25er Loot, HC Loot direkt abgreifen, also 277er Item Level. Jetzt haben wir es nicht ganz geschafft, das heißt wir müssen doch noch mal rüber. Und hier den Magier noch mal zerstören in den letzten Sekunden. Es gibt hier auch den Erfolg, dass man nicht mehr als zwei mal rüber gehen kann. Den kriegt derzeit so gut wie jeder. Ich glaube, das hängt damit zusammen, dass der Hochfürst Sauerfang immer mal so ein bisschen herumbackt. Wie ihr es gesehen habt, der kommt nicht gleich, sondern er resettet zwischendurch mal. Und das führt irgendwie dazu, dass der Counter, wie häufig ihr rüber geflogen seid, resettet wird. Und deswegen hat man hier den Erfolg direkt bekommen. Ja, ungefähr vier Minuten dauert der Kampf. Die Lootliste steht, äh Lootkiste steht bereit und dann könnt ihr euch direkt über 277er Items freuen. Ich hoffe, euch hat, äh, die Folge gefallen und ihr seid auch beim nächsten Mal wieder mit dabei, wenn wir uns den nächsten Boss auf HC Schwierigkeitsgrad im 25er ansehen werden. Bis zum nächsten Mal. Ciao!